Was geht ab, Bows und Herz? Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute keine Tupac-Cap, denn wir haben keine Zeit, Bows. Wir haben heute keine Zeit, ja. Wir müssen schnell aufnehmen, wir müssen schnell reinschallern, Alter. Es muss eine gute Runde werden. Und danach muss ich auch schon wieder abzischen. So, wir werden heute versuchen, mit der Odin zu spielen, ja. Ja, eine sehr, sehr geile Waffe. Einige sollten sie von euch noch kennen. Und als zweite Waffe nehmen wir hier noch schön MP5 mit von Modern Warfare. Gar nicht rum, viel labern, Alter. Ich habe hier gerade eine Klasse gemacht. Wir gehen einfach mal rein in Rebirth einzeln. Nicht viel labern, wir haben heute keine Zeit. Wir müssen rein da. Let's go. Wir müssen Kills holen, wir müssen Win holen. Viel Spaß, Bows, beim Video. Wir sehen uns im Game. Keine Ahnung, Alter. Man sieht sie wieder, meine wunderschönen Displays. Das heißt, Jiu. Tanjiro. Jiu, Tanjiro, Jiu, Tanjiro, Jiu, Tanjiro, Jiu, Tanjiro, Jiu, Tanjiro. Finde ein Spiel, Alter. Wir haben keine Zeit, Mann. Wir haben keine Zeit. Verstehst du das nicht? Rein da jetzt. Let's go. Let's go. Let's go. Wenn er jetzt in zwei Minuten kein Spiel findet, dann raste ich hier komplett aus. Und ich scheiße auf dieses Spiel. Ich scheiße da drauf. Applaus. Applaus. Oder seid ihr kleinen Schwuchtel schon zu alt? Dicker, warum sind wir in... Hä? Wieso sind wir in Kandera drin? Ich hab doch Rebirth gesucht, Mann. Schmutz. Schmutz. Scheißspiel. So, wir haben eine Runde gefunden. Let's go. Wenn diese erste Runde scheiße wird, dann mach ich einen Stopp, Alter. Dann nehm ich später auf, weil dann kotze ich. Dann muss ich... Ich geh kotzen. Ich geh raus. Ich geh was essen. Dann komm ich nach Hause. Kotze eine Runde. Und dann spiel ich weiter, Alter. Wo hat er sich wiederbelebt? Feindliche Drohne ist aktiv. Feindlicher Soldat in der Nähe. Huhu, 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 huhu. Oh. Ja, ja. Ist allein... Ne, ne, ne. Sind mehrere Kisten, aber es ist in guter Position. Alter. So, wen können wir absnipen, Alter? Come on. Was? Fuck you. Habt ihr es gehört? Fuck you. Digga, wir haben ihn echt geholt? Wie haben wir den bitte gerade abgenippelt, Alter? Ist der auf dem Dach, Alter? Nein! Nein! Jetzt kommt es drauf an. Das Gas breitet sich aus. Sicherheitszone wird verlegt. Nein! Nein! Was? Niemals, Digga. Niemals! Niemals! Ne, du Hund! So, Boss. Let's do it! Ähm... Er ist gleich mal rausgesprungen. Wohin? Wohin? Digga? Wohin? Okay, er geht da runter. Ich geh mal mit. Ich geh einfach mal mit. Partner Buddy niemals alleine lassen, Digga. Oh mein Gott. Ich bin tot. Doch nicht Ja, ne Hab da mal gerade was gerissen So So, let's go, würde ich sagen Nein, Digga Ey, ist das unmöglich Was spiele ich für eine Ja, mit der Shotgun Du kleiner H***, Alter Ey, fuck mich sowas ab, Mann Shotgun, Alter Ey, spiel mit Shotgun, Digga Das war so eine Scheißrunde, ne Ganz ehrlich Digga, wir sind ja perfekt in der Zone, Alter Was? Was? Es war einfach ein Double Hit von der Sniper? Also ein Headshot und ein Digga, was ist hier los, Alter? Das Gas kommt näher Neue Sicherheit Hier bewegt sich was Nein! 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 Digga, nein! Ich hab ihn doch geschlagen Was? Digga, eins gegen eins Oh mein Gott Was für eine Scheiße Bau ich denn da? Ja, nice, Digga Was für ein Mist, Alter Katastrophales Gameplay eigentlich Oh mein Gott Aber wir haben den Sieg noch geholt Denn unser Partner war stabil So, Boss Eine weitere Runde Nach diesem katastrophalen Sieg Es war einfach so witzig am Ende, Alter Wie ich noch versucht hab Mit letzter Kraft ihn zu schlagen Und sein Shield gebraked hab Schaut euch diese verkackten Drecksschimmel an, Alter Solche Hunde, Alter Wie kann man so Wie kann man so Beide sich verschanzt da drin, Alter Und schimmeln wie Pimmel da rum, ey Ihr Schwanzköpfe, echt Mein Gott, Alter Wie ich sowas hasse, Mann Aber Der Fluch Ja Er wird weitergeführt So, Digga Ich muss was an dieser Sniper ändern Die ist ja komplett Müll Ich muss was an dieser Sniper ändern Ich muss dann Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bitte stirbt nicht, Buddy. Hier waren doch noch welche, oder? Nein, nein. Nein! Digga, was macht denn der? Die kommen runter. Lauf, du kleiner Lutsch, Alter! Ich hasse ihn! Du Spasti, Alter! Ey, Boast, ich kack mir einen ab, Mann. Was sind das für Teammates? Ja! Bis jetzt! Der Feind sprengt über dem Gebiet ab. Feindlichkeit ohne ist aktiv. Nein, Digger. Okay, er ist anscheinend weitergelaufen. Ja, es war so klar. Nimm! Okay. Nein, Digger! Ey! Schaut ihn euch an! Er ist runtergesprungen. Was zur ver***ten Hölle, Alter? Wieso? Wieso? Ey! Ja, wahrscheinlich, Digga! So, Boss. Neue Runde. Also heute ist wirklich der Wurm drin. Ich weiß nicht warum. Der Wurm. Der Wurm. Er ist drin, der Wurm. Verdammter Hund, Alter. Wohin schlägst du, Digga! Wohin schlägst du, Digga? Wohin schlägst du? Ja, wahrscheinlich, Alter! Hokus, 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 Hokus. Mal schauen, was Hokus, Hokus so drauf hat. Hokus, 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 Hokus. Digga, er landet wieder dort, stirbt und geht raus, Alter. Er spielt wirklich mit Schrotflinte, Digga! Ey, es sind solche Hupensohn-Lobbys. Boss, ich heiz nicht mehr aus. Ich versuche eine letzte Runde. Das Spiel leckt. Das spielt Hupensohn im Spiel. Digga, wie soll man dieses Spiel spielen? So, wir probieren es doch mal, Boss. Es ist die letzte Runde, die ich probiere, Alter. Ansonsten, entweder flippe ich hier jetzt komplett... Es ist ein Turm-Chiller. Oder? Ja, dann fliegen wir halt mal einfach durch die Gegend. Let's go! Wuhu! Digga, warum lag dieses Spiel? Man war von Kugel vor Kurier. Dann war es noch eine Ausrüstung. Aber wir haben die Ausrüstung. Dann war es noch nicht mehr. Dann war es noch nicht mehr. Dann war es noch nicht mehr. Wir haben auch noch mehr. Was ist das hier eigentlich? Nein, Digga! Nein, Digga! Wieso mache ich das? Wieso mache ich das? Wieso mache ich das? Wieso? Ich mache die ganze Zeit selber Mist, Digga. Also heute bin ich nicht in Call of Duty, Alter. Heute spiele ich irgendwie Minecraft oder so einen Scheiß. Wo ist er eigentlich, Alter? Ey, ich habe schon wieder nur Scheiße gebaut, wirklich. Aber ich kann da landen, oder? Der Typ hat es ja nicht hoch geschafft. Nice lag, Bro! Nice lag, Bro! Nice lag, Bro! Und das war es komplett von mir. Nice lag, Bro! Schon ein geiles Spiel, oder? Wenn man landen muss, ja? Aber das Spiel laggt. Dann kann man ganz toll landen, Digga! Gute Arbeit, Call of Duty! Fuckt euch! Es laggt halt einfach und es regt mich so auf. Nein! Was? Das Gift geht hoch durch die Wand, Digga! Das Gift geht durch die Wand hoch, Digga! Ich schwöre es euch, ich bin fertig mit dem Game. Ich bin fertig mit dem Game! Das kann nicht wahr sein, Digga! Und er chillt immer noch im Tower, Digga! Er chillt immer noch im Tower, Digga! Was für ein Rotz-Game, Alter! Wirklich! Das Gift geht durch die Wand nach oben und killt mich! Das war es von mir für heute, Alter! Das ist unglaublich, was in diesem Spiel passiert, Mann! Boas! Das war es erstmal vom Video! Ich muss wieder runterkommen! Aber ich will einfach auch solche Videos hochladen, wo man einfach sieht, was für Probleme dieses Spiel einfach noch mit sich bringt, immer noch, ja? Auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr trotzdem Spaß gehabt habt am Video und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Wir werden die Sniper-Meter auf jeden Fall noch ein bisschen weiter austesten. Ich schaue jetzt mal, welche Klasse man so bauen kann und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Euer Embo. Peace out! Euer Embo.